Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal sind wir zu fünft. Von links nach rechts haben wir Irata als Bully Bear. Hallo. Delo als Blitzcrank. Hallöchen. Und meine Wenigkeit als Tristana. Dann haben wir Legends Sword als Spiger. Ja, ich bin... Ja, und Mr. Flydee als Akali. Hallo. So. Warum denn neues Let's Play? Hey, das sind neue Folge. Ja, meine ich ja. Egal. Bis zu gar. Egal. So, jetzt begeben wir uns... Jetzt sind wir im äußerst spannenden Teil des Spiels, dem Ladebildschirm. Wir können schon mal zuordnen. Ich kriege Irelia, glaube ich, auf der Top. Das bin ich. Ich denke, ich kriege Weiger. Varus. Sehr wahrscheinlich. Weiger oder Weiger. Das versprachsend. So. Oh, was geht los. Ich habe kein Ton. Echt nicht? Ich habe... Ah, ja, hier. Alles klar. Ausgestellt. Ja, ich habe gestern. Oh nein, es ruf Gott Leberto an. Hatte mal eben. Okay. Okay. Haben wir ein Art Carp, Poli? Nein. Nein. Warum kauft er denn nichts? wie möglich es ist ein bisschen blühter ein Blut so ist ein und schlaft in Zeit hat es in elf Sekunden das achtet und sie müssen sich wieder alle fehlenden Autos mit ihr unten ist und aufnehmen da bin ich froh dass ich auch der Top-Level bei gegen die Leer und echt schwierig oder ihre Stürze als aber auch nicht errichtet wird er kann ich schon gar nicht gehen Spannende Szenen, wenn Delo seinen Q trifft. Oh ja. Ich sag's mal so, er wartet nicht zu viel von mir. Oh, da sind Gegner. Aber manchmal bin ich... was Jo. Arthur, sieh dir mein Leben an, mit dem Equip. Jawoll. Ich weiß nicht, wie viel hab ich mit Jo guys am Anfang. Keine Ahnung. Hast du jetzt nur noch Lebensruhen drin? Hm. Also, das hast du noch drin? Ha, 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 ha. Nee, das ist Meisterschaft. Genauso wie, äh, die Rüstung. Ich hab noch Magiri sie mit drin. Hahaha. Immer diese Tatten lassen. Ja. Ja. Ready? Aim? Fire! I suppose you're expecting someone. Oh my god. Hm. Wo dein Gott, was los? Varus. Ich glaub. Das wird schwierig. Varus. Auf geht's zum Lastinstil. Hahaha. Haha. Genau. Aim? Fire! Tja. Wie gehen wir zuerst lieber auf uns? Varus oder lieber auf Kameroy? Kameroy, Kameroy ist auch böse. Würde ich sagen. Varus ist aber langsamer im Wegkommen durch den Varus. Na ja, gut. Varus kann nicht. Ist das Firework? Ich bin Auto. Ich kann den Slow rein. Ich mag Irelia nicht. Ich lauf einfach nur im Busch rum. Like a boss. Und so an die ganze Erfahrung ab. Ja. Ja. Das machst du als Support. Ja. Also Bot ist schonmal gewordet. Okay. Hier im... kleinen Buschlimm. Alles klar. Hör mal, ob du die Range mit deiner Passiven, wie groß sind die eigentlich? Auf höchster Stufe habe ich insgesamt 700 Range oder so. Ne, ich meine von der Passiven. Wenn du... Wenn du ein... Minion da zählst, hast du doch so ein Explosions-Ratius. Achso, DAS meinst du? Jaja. Äh, die Range ist nicht groß. Ich weiß nicht, wie viel. Du wirst Probleme gegen Irelia haben. Ist klar. Nur weil ich gerade gedeift hat. Spannender wärs... Nicht ich als Spieler aufnehme, sondern jemand, der zuschaut, oder? Ja. Wobei der ja dann, äh, die drei Minuten Verzögerung hätte. Wär blöd. Naja, sollte. Kann man da einfach abwarten. Oh, scheiße. Das war richtig lucky. Die hat mich gedeift und dann hat einfach nur noch geleckt bei mir. Ich kann mal vorbei, Gelo. Gelo? Ich kann mal jemanden schickeln. Nene. Sagen wir drück? Alter, du stirbst ja fast. Jep. Ich kann mal jemanden schicken. Ich kann mal jemanden schicken. Wann hat er die Feuerwehr? Das war's. Ja. Wobei... Sauber! Ja, ähm... Malfight war gerade hier, ist aber wieder weg. Okay, der kommt wahrscheinlich hoch, muss aufpassen. Na, ich geh jetzt hier zurück auf den Gegel für meinen Hext. Was soll ich mir denn daraus basteln, bitte? Ich weiß gar nicht, mit der Stoffrüstung anzufangen. Ich weiß nicht mal wie Woli mit Matrizwörter, aber das finde ich zu experimentell eigentlich. Würde ich nicht machen. Nicht? Nö. Das wird lieber basteln. Er spielt doch noch ein Kompon-Tank. Er spielt 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 noch ein Kompon-Tank. Randuings machen. Randuings. Ja, mal krank. Das ist das. Weil das immer noch geht, dass wir noch jeden Fall was geht. Ne, nicht Randuings. Sorry. Aber doch, das tut eigentlich. Wenn du hinterher, wenn es kriegst, wie ein Kompon-Tank. Dafür habe ich meine 3er Boots. Aber ich kann die GDL daraus basteln. Mach keine 3er Boots mit Voli-Lehr. Doch. Normal. Mann, warum ist DELO AFK? Ja, sorry, sorry, sorry. Wie DELO ist AFK. Mein Vater war gerade da. Oh mein Vater, die haben bald immer Hochzeit meine Eltern. Und... Also, alle mal schöne Grüße wünschen, gell? Auch hier unter dem Video wieder. Ja. Und deswegen... Wurde gerade mal wegen Geschenke fragt. Was? Aua. Oh, Schaden. Ich kann gleich nochmal auf Top kommen. Ja, ich hab krassen Speck von der. Bin unterwegs. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich muss mal zurück. Renn da. Komm. Also, hier unten ist gerade Karma-Miss, ne? Aber die haben wir gerade ein bisschen... Genau, sorry. Nein, nicht genug. Ja, komm. Komm. Ich tank. Komm. Ich tank. Oh. Fuck. Ich hätte dranbleiben sollen. Ja, ich hab nicht genug. Und dann hab ich nicht gedacht, dass die... die kriegen. Damit hat sich ein Ward gekauft. Ich könnte mir natürlich angefrorenes Herz basteln daraus. Ja, stimmt. Das gäbe auch. Das wär sehr, sehr nice. Ich müsste eigentlich Blitzcrank machen. Das ist ein gefrorenes Herz. Zudem wäre ich hasseln. Das ist mein Zimmer. Ready? Aim? Fire! Er merkt, dass es ohn. Ich mach'n Blu und dann komm' ich bot. Aaaaah, Arsch. Man aber hier ist auch... What's that? W-Weigermitzt! Na, ist wieder da. Schau'n Blu und dann. Alter, Weigermitzt. Also... Also... Ich hab'n... I-S-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. War der Melfit eigentlich schon irgendwo? Ein Alli hat sich geschlagen. Der war gerade. Er war gerade. Er war gerade. Er war gerade. Kannst du mal kurz vorzudrücken? Na, Moment. Ah, ist das nicht nötig. Okay, geh ich runter. Wenn's nicht nötig ist, geh ich runter. Swartet? Warte auf mich, warte auf mich. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus, oder? Nein, ich bin runter. Doch. Ah! Ich bin schon! Da! Warte auf mich! Ich sterbe an. Nein! Ja, toll! Oh, der, warum hat der Tom mich? Miss weigern, miss weigern, miss weigern. Das kann ich mal leiden. Da kommen sie an, wenn man gerade mal nicht da ist. Die waren gerade am zurücklaufen. Amarsch! Ja doch, Fragator. Kam hat extra das Band geworfen, damit die schneller sind. Fünfmal. Warte doch nicht, warte doch nicht. Ja, das war aber zu spät. Schieb mal. Kill ihn. Ich habe den doch nicht gekriegt. Ich habe ihn gezogen. Ich habe ihn gezogen. Ich weiß noch, wo der Melfit ist, weil wenn der nicht irgendwo in der Nähe ist, würde ich einen Goma machen. Ich war jetzt im 2-Level hinter mir. Ich mache jetzt einen Reden und dann komme ich hoch. Ich habe ihn gerade nur bekommen, weil der Melfit da war. Ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Nein, aber ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Ah. Ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Ich bin da gar nicht mehr zufrieden. Oh Gott, sorry. Und ich bin da gar nicht mehr zufrieden. ja gut auch diese Schicksal Kornel der zuerst dann gewinnt er hat er kommt und wir wurden und ich habe keinen Bock so viel umurte also vier um die Gäste auch mal wieder das der 2 weniger wie viel erhältlich dass sich richten weiter Ich kann auch kommen. Ja, unwahrscheinlich, ich setze den auf den Wind dann. Warte, 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 ich komme auch. Ja, ich weiß. Ja, komm. Ich bin längst noch nicht auf. Ja, ich halte mal auf Abschneid. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich bin aber gerade nicht zu... Wo ist das tofe Slowfeld? Äh. Warte auf, ich lässt mir keines ist. Ich will noch ein bisschen weiter zurückgehen in seiner Stelle. Ja, hm. Ja, der ist hat weggeführt, da bin ich hinterher, ansonsten hätte ich geguckt, das zu... Schaltern Rauf. Ich hab keine mehr mehr. Ja. Ja, komm, ich hab' das gemacht. Dann können wir 11 zu 44. Ja, 21, 23. das Geilste ist, ich hab mit Abstand die wenigsten Sieger und bin grad echt geil Maros, bist du in Busch? Geh weg, ne? Mach ab! Mach dein geilen Käfig Sieg, genau die Ulti Kommst du? Ja, ich ging mal Richtung Mitte, da braucht glaub ich grad jemand Hilfe das Melfit, mein Melfit, komm her der Baum der Baum der Baum ist komm, da oh, da ist er ich bin leider auf den Baum, wir haben den Wort Ich bin so, wie wir das Ich will so, wie wir das Ich will so, wie wir das Ah, der ist auch noch eine Iredia, das sind wir jetzt gerade ein bisschen zu viel Blast Hits Ach, die Gegner haben auch noch ein paar Begriffe Ja Wenn nicht so zufeuer kann ich mehr Schass Okay, warten doch nur schon ein bisschen Ärger. Geh mal shoppen Ich hab nicht so wenig Leben Du bist Power-shoppen, sagst du Ich bin auf dem Weg Oh je. Haltet mal nur die anderen. Haltet mal nur die anderen. Wie folgt man den Brachen? Ach, doch den Dragon wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Wenn sie schlau sind, ja. Das ist für Heikama. Kriegst du die gezogen? Ja, sauber. Oh mein Gott. Komm, geh zu, komm. Ja, ich bin überlegt. Wow, was hat er so beim A-Z-Man-Range? Oh nein. Oh ja. Urgindary. Wie war ja, kriegt der ja wohl noch. Aus dem Weg. Hast du überhaupt gebraucht? Ja, der war dabei. Die Animation kam, zumindest beim Bärz. Lieber Akan. Aber man hat die Sauer ist. Die ist viel zu peinlich. Also könnte ich denn spielen? Ich würde mich nicht mehr verliegen. Ich habe einen Vertrag zu treffen. Du kannst die Gespielen, aber das ist für die Kids. Das ist der Depp. Klouti die ganze Zeit, das ist das, das habe ich auch gefallen. Deshalb bin ich auch noch gar nicht gestoppt. Oh, tut er aber meine Ulti-Ratnerin, ach ja, das ist schön. Ich würde dazu. Ich glaube, dein Ulti kann auch noch gar nicht die Fort töten, oder? Die macht das mal 200. Ich bitte, ich brauche Hilfe. Reicht nicht mehr. Ich bin nicht mehr unterwegs. Ich komme mit. Mein Toplay läuft ganz gut. Na, pustet mich auch. Ne, ich bin nicht mehr. Loll. Ich frage mich gar nur, wieso eigentlich? Dauer ist es, der Lager. Da kommt Meldet. Ich bin nicht mehr zur Zeit. Da fällt seine Ulti. Da portet sich ne Irelia. Irelia kann ich reinziehen. Oder den Malfit fährst lieber. Wieso schweigt der? Maika! Ach nein. Ja, ja. Guck, ich hab den Kill gelassen. Aber nur einen. Ich will immer noch hier unten ein bisschen Hilfe gebrauchen, wenn du willst. Nein, sie hat mich gestanden. Hier gibt's fette Gratis-Kills. Ja, okay, ich hab's zu fetten Gratis-Kills zum Beispiel in Warm-Obser. Moment. Lass uns den Mittauer frischen, oder? Ich bin unterwegs. Der doch. Ist ja auch mal ein Schild von Karma. Äh, die ist... Ich hab unten schon einen Powerballon gebraucht. Ja, aber dafür haben wir Malfit auch geklopft. Ja, ist okay. Ich guck mal, das ist jetzt oben. Da ist die Kamera. Ja, ja. Ja, ja. Er hat fast keinen Maler mehr. Guck, wir werfen sie mal hoch. Guck mal, das ist oben. Oh, Leute. Was ist das? Biss! 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 Ich verschwinde! Ja, hab ich auch gesehen... Ja! Ja, ja. Der Drache ist immer noch da, oder? Ja! Ich gucke mal, ich gucke mal. Nein, ich hab mein Warts gerade drauf. Nein. Die Hygelia kommt hoch. Ja, hab ich schon gesehen. Ist jetzt aber nicht so problematisch. Schnapp mir mal den Red Buff. Ja, mach das. Helfit kommt runter. Vorsicht, Helfit kommt zu dir. Zu wem? Zu dort hin. Warte mal. Wir sind vier Level über die Hygelia. Trag mich dann, ob wir sie da sind. Schön. Oha. Oh nein! Was kannst du denn weiterentwickeln? Raus kommt auch noch. Ja, Alter, meine Armbarriere ist schon dauernd. Ja. Ach, am Arsch, weißt du? Was ist denn? Hilft man dir einmal? Na ja. Nein! Nein! Komm schon! Komm. Gut. Gut, ich fahne. Ich hätte nicht Difen sollen. Karma kann nicht. Ausmuskeln. Geh sich bitte hin. Keine Ahnung. Hey, Epic. Alter, ich hab einen Kill. Ich bin gestorben. Gott like. Ich hätte nicht beiden sollen. Tja, hach, schuld. Nein. Ich bin traurig. Äh, jetzt? Mit den Drachen? Ich bin traurig. 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 Lass in die Rang! Also Arthur, du spielst deinen Support sehr gut. Ja! Super! Ah, deswegen wollte ich ja nur spielen. Hm, damit ich pushen kann und die Gegner mit meinen Entscheidungen bereichen kann. So, das passt. Oh, hi. Da, wenn jemand dummen... Oh, da ist noch Memphis, ich hab keinen Bock, dass er mich umdreht. Wo ist ein Melfit? Da ist ein Melfit! Und eine Karma! Wo ist die Karma? Da ist die Karma! Ich will sie alle schütteln. Soll ich engagieren? Da kann ich engagieren. So, hey, Melfit schaut zu. Hey, Melfit steht einfach auf, Karabu. Ist der Feuerwerk? Er hat sich in Sphinx. Er hat einfach zugeschaut. Ich renne. Ich bleibe konzentriert. Ich kann gucken, ob ich rankomme, falls ich noch mal reingagen soll. Nein! Ich hab leider gerade nicht auf. Ach, das ist mir leid. Ich hab kein Mana mehr, übrigens. LOL! You will not flash! Komm mal ran. Niiiice! Hier geblieben. Stirb. Oh, ich hab, ich hab auch mal einen Kill. Nein, du fällst gerade im Blutrausch. Ach, echt? Nein, nein, das ist der dritte jetzt. Komm, den Melfit retunen wir uns. So. Einfach mal draufgebissen. Ach, nein. Bin ich schon legendär? Nee, ne? Du? Nee, ich bin mir gar nicht. Du bist erst 9-1-14. Ich geh mal zurück. Vorher hole ich mir aber noch den Red Buffer in den Gegner. Ich war 15-1-5. Mein Gott. Und ich hab auch 15 Feindlichkeit. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's die kurze neue Folge. Das war's ein mal so ausgewogene Spieler, aber was soll's. Bis zum nächsten Mal. Du, 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 du. So.